Im Namen von Hitradion 1 hängt jetzt die Flo Kerschnow Show ein Liebesschloss an dieses neue Monsterum hier. Aber jetzt mal im Ernst, ne, Julia und Christian ist halt noch gar nicht langsam. Ist doch egal. Marcel Schneider hat gerade eben eine super Idee gehabt, Flo hängt es halt ganz nach oben. Da komme ich nicht hin. Unmöglich, sie analysiert jetzt alle Herzen gerade, wäre es wie lang zusammen. Hitradion 1 liebt Franken. Was macht man mit dem Schlüssel jetzt? Ich sag, der Schlüssel gehört in die Pegel. Jetzt rückwärts, das Liebespaar schmeißt uns. Ja, aber das kann der, der, ist das im Umweltreferat abgesprochen? Natürlich, natürlich. Also jetzt rein das Ding, ne? Muss man sich was wünschen? Ja. Ja, ich wünsch mir was. Ewige Liebe für ganz Franken. Peace. Frieden. Frieden auf der Erde. Nicht das Handy werfen. Lieber Flo, lieber Flo, hast du jetzt dein Haustell rein müssen? Ich glaub wirklich, ich hab einfach mein Fahrrad schrüsselt. Sehr ernsthaft. Die Flo, erste Show. 92.9. Hitradion 1. Nice.